Musik Vom Wohnzimmer auf die Straße, in den Sommermonaten werden Pantoffeln-Streetstühle tauglich gemacht. Doch zu Trennteilen wie Oberteilen mit Statement-Ämmeln oder kombinieren wir nicht etwa unsere alten und ausgelatschten Hausschuhe, sondern stühlische Buckley-Slipper in jeglichen Variationen. Ob aus schwarzem Leder mit goldener Schnalle, aus mit Silberfäden durchzogenen Brokat- oder Wildleder, erlaubt ist bei der Wahl der Slipper so gut wie alles. Dieser Trend zeichnete sich bereits im letzten Jahr ab, als an den Füßen der It-Girls, Bloggerinnen und Instagramerinnen plötzlich die ursprünglich aus dem Orient stammenden Barbuches auftaucht. Mit dem wie aus 1001 nach gefeilenen Schuh konnten sich jedoch nicht alle Fashionistas anfreunden. Umso willkommener dürfte deswegen nun der Hype um die Buckley-Slipper sein. Schließlich lassen sich die Pantoletten zu so gut wie jedem Outfit stylen, man muss nur das richtige Modell, in dem man sich am wohlsten fühlt, finden. Schauspieler 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 Schauspieler